Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur zweiten Folge unserer neuen Serie Erziehung und Bildung. Wir wollen aus der Bibel heraus die verschiedenen Aspekte von Erziehung und Bildung studieren und zwar nicht nur damit wir klüger werden über diese Themen, sondern damit wir in unseren eigenen Familien, in unseren Schulen, in den Gemeindeschulen, in den Gemeinden dieses Thema noch viel deutlicher darstellen können, verstehen und ausleben, damit wir auch durch die Erziehungs- und Bildungsbotschaft ein Licht sein können in dieser Welt. Wir möchten heute mit diesem Thema uns vorbereiten auf das Bibelgespräch am 10. Oktober und das Thema ist heute Familie. Jeder von uns, egal wie alt wir sind, hatte Familie oder hat noch Familie. In einer gewissen Weise geht dieses Thema uns alle an und die Familie ist das Kernelement, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch unserer Gemeinden. Und viele Probleme auch in unseren Gemeinden, viele Probleme im geistlichen Leben können zurückverfolgt werden auf Missstände in der Familie. Wir brauchen so dringend die Botschaft des Wortes Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, damit unsere Familien verändert werden. Und wir möchten Gott bitten, dass er jetzt unser Studium segnet, uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt, damit wir verstehen, was er für die Familie möchte und die Kraft erhalten, das auch im Alltag Schritt für Schritt an seiner Hand umzusetzen. Und lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du hast die Familie geschaffen. Familie ist deine Idee. Und niemand kennt sich so gut mit Familien aus wie du. Und so möchten wir dich bitten, dass wir alle, die wir zwar Erfahrung haben, aber noch so viel Weisheit benötigen von dir, damit die kaputten Familien, die wir kennengelernt haben, denen wir vielleicht aufgewachsen sind oder denen wir gerade leben, dass diese kaputten Familien oder angeschlagenen Familien geheilt werden können und ein Licht sein können in dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich jetzt im Namen Jesu und wir danken dir dafür. Amen. In Sprüche Kapitel 1 und dort Vers 7 steht ein Vers, den wir letzte Woche besonders angeschaut haben. Wir haben letzte Woche gesehen, dass es keinen besseren Lehrer als Gott gibt, dass er die Grundlage aller Erziehung und Bildung sein muss. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Gott ist die Basis aller Erziehung, aller Bildung und deswegen ist das Allerwichtigste, die Top Priorität, dass wir Gott fürchten. Aber schon im nächsten Vers wird uns gezeigt, dass es auch weitere Ebenen gibt, die dem nicht entgegenstehen, sondern die diese fundamentale Ebene ergänzen. In Sprüche 1, Vers 8 lesen wir, höre mein Sohn auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Ein gläubiger Mensch wird nicht nur Gott an der obersten Stelle seiner Prioritätenliste haben, er wird auch in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes Menschen, die Gott besonders berufen hat, zum Beispiel Eltern, ehren und ihnen die Beachtung schenken, die ihnen gebührt. Die Familie ist ein ganz wichtiger Teil im Plan Gottes. Und so lesen wir immer noch in den Sprüchen, in Sprüche 11, Vers 29, sozusagen einen Fluch über diejenigen, die die Familie kaputt machen. Die Warnung wird hier ausgesprochen in Sprüche 11, Vers 29, Wer seine eigene Familie zerrüttet, wird Wind zum Erbe bekommen und der Tor wird ein Knecht dessen, der weise ist. Die Bibel warnt uns davor, unsere eigene Familie kaputt zu machen. Und es gibt Menschen vielleicht, die das sogar ganz bewusst tun, die so bösartig sind, dass sie ihre eigene Familie zerstören wollen. Vermutlich ist aber in den meisten Fällen es eher so, dass Menschen Familien kaputt machen, ohne sich über die Konsequenzen oder die Auswirkungen ganz im Klaren zu sein. Ich kenne deine persönliche Familie nicht oder die Familien, die du vielleicht auch väterlicherseits und mütterlicherseits so kennst. Wahrscheinlich kennen wir alle aus eigener Erfahrung oder nächster Anschauung Familien, die nicht gut funktionieren. Familien, in denen es echte Probleme gibt. Familien, die vielleicht völlig zerrüttet sind. Und wir können manchmal vielleicht einfacher in anderen Familien als unsere eigenen zumindest ansatzweise verfolgen, wo wohl die Ursachen sind und welche Personen vielleicht auch besonders dazu beigetragen haben. Und vielleicht habt ihr auch schon die Beobachtung gemacht, dass die Personen, die Familien kaputt machen, meistens sich dessen selbst gar nicht so bewusst sind. Wir müssen uns also die Frage stellen, welchen Einfluss habe ich auf meine eigene Familie, auf meine Ehe, auf meine Eltern, auf meine Kinder, meine Verwandten, je nachdem in welchem Gesichtskreis diese Frage gestellt wird. Eins sollten wir natürlich unter keinen Umständen vergessen. Jeremia 3 und dort Vers 14 macht uns darauf aufmerksam, dass wir nicht in kollektiven Einheiten und auch nicht in Familien gerettet werden. In Jeremia 3 und dort Vers 14 lesen wir, Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Und ich will euch nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie und euch nach Zion bringen. Die Idee ist hier, dass die Israeliten nicht darauf warten sollen, dass alle Einwohner ihrer ehemaligen Heimatstadt dann in Babylon sagen, okay, wir gehen nach Hause oder sie sollten auch nicht warten, dass alle Familienangehörigen, die es dort gab im Exil, gemeinsam sich entschließen, nach Hause zu gehen. Gott sagt, und wenn es nur einer ist aus eurer Stadt, nur zwei aus eurer Familie, kommt zu mir. Es kann sein, dass wir in einer Familie leben, in der eben nicht das Wort Gottes die Grundlage ist, in der Menschen nicht Jesus folgen oder ihm nicht so nachfolgen, wie Jesus es sich das wünscht. Und dann dürfen wir wissen, dass unsere persönliche Erlösung, das ist ein sehr wesentlicher Grundsatz, nicht von unserer Familie abhängt. Viele Menschen haben erlebt, dass eine Entscheidung für Jesus auch in einem gewissen Grad eine Entscheidung gegen ihre Familie sein muss, zumindest gegen Ansichten ihrer Familie. Vielleicht sogar hat das dazu geführt, dass die Familie oder Teile der Familie ihre Sympathie, ihre Empathie entzogen haben, weil sie mit emotionalem Druck versucht haben, diese Entscheidung für Jesus aufzuhalten. Wir dürfen wissen, es gibt eine höhere Ebene als die Familie. Unsere Erlösung ist immer eine ganz persönliche, individuelle Sache. Trotzdem ist es so, dass Gott natürlich uns als Menschen, die er geschaffen hat, besonders gut kennt. Und er weiß, dass es nicht das Einfachste ist, alleine zu sein. Und ja, Gott segnet uns besonders, wenn durch Umstände wir aufgefordert sind, alleine treu fühlen zu sein, wenn niemand in unserer Familie zu uns steht, wenn sich alle von uns abwenden, dann gibt er seinen besonderen Segen. Aber Gottes Wunsch ist es natürlich, und er kann natürlich niemanden zwingen, in unserer Familie es uns gleich zu tun, aber sein Wunsch ist es, dass wir in sozialen Gefügen leben, in Familien, in denen wir uns auch gegenseitig, geistlich unterstützen können. In Prediger Kapitel 4 wird dieses Prinzip ganz grundsätzlich dargestellt und erklärt in Prediger 4, Abvers 9, ein beliebter Abschnitt, der auch gerne bei Hochzeiten Grundlage der Traueransprache ist. Es heißt hier in Prediger 4 und dort Abvers 9, es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Das Prinzip ist, wir alle haben in diesem Leben mit Anfechtungen zu kämpfen. Wir alle sind schon gefallen. Wir alle sind schon angegriffen worden. Und ich denke, viele von uns haben erlebt, wahrscheinlich alle in der einen Form oder anderen, dass es gut ist, wenn man dann einen Bruder, eine Schwester, einen Ehepartner, Eltern, Kinder hat, die einem, vielleicht auch ein guter Freund im Sinne der Gemeindefamilie, der einem zur Seite steht, der einem wieder aufhilft, der einem, ja, neben einem steht. Gott weiß, dass er uns als soziale Wesen geschaffen hat. Er weiß, dass wir deswegen auch eigentlich besser funktionieren und uns es leichter fällt, auch den Glauben auszuleben, wenn wir es in Gemeinschaft tun. Und das ist der, natürlich der offensichtliche und tiefere Grund, warum wir in 1. Mose 2 und dort Vers 18 lesen, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott selbst hat die Ehe erfunden. Er hat Familie geschaffen, weil er wusste, wir brauchen Gemeinschaft. Das ist Gottes Ideal. Interessant ist hier das Wort Gehilfen, auch wenn wir jetzt nicht Zeit haben, das ausführlich zu studieren. Man könnte vielleicht bei der deutschen Übersetzung den Eindruck haben, die Frau sei so etwas wie eine Hilfskraft, die jetzt so für das Grobe oder für die niederen Dienste zuständig sei. Aber das ist gar nicht die Idee im Hebräischen, dieses Wort für Gehilfen hier. Im Hebräischen wird meistens, wenn es im Alten Testament verwendet wird, sehr oft zumindest, für die Hilfe verwendet, die Gott dem Menschen gibt. Und da ist eigentlich die Idee immer, dass der Mensch an seine Grenzen kommt, Dinge nicht mehr schafft und Gott eingreift und Gott das für ihn tut, was der Mensch selbst nicht tun kann und dass man sich auf Gott verlassen kann. Und in einem gewissen Sinne, als Abbild davon, sollte auch die Familie funktionieren, dass man füreinander da ist, dass man die Dinge tun kann, die der andere nicht schafft, dass man sich gegenseitig hilft. Und so auf Augenhöhe, deswegen eine Gehilfin, die ihm entspricht. So stellen wir also fest, dass am Anfang der Menschheitsgeschichte die Familie steht. Und das wird ganz deutlich schon im ersten Kapitel von 1. Mose, in 1. Mose 1 und dort Vers 28. Mit die ersten Worte, die Adam und Eva überhaupt von Gott vernommen haben, waren folgende und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ganz am Anfang der Geschichte der Menschheit stand das Gebot, Familien zu gründen. Und damit wird uns deutlich, dass die Familie etwas ist, das wir aus dem Paradies mitnehmen. Manchmal sagen wir, und das ist ja nicht völlig verkehrt, es gibt zwei Dinge, die wir aus dem Paradies mitgenommen haben, den Sabbat und die Ehe. Aber eigentlich muss man bei Ehe etwas genauer sein. Wir haben nicht die Ehe alleine mitgenommen, sondern das Prinzip der Familie. Auch wenn erst nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgeworfen worden sind, erst dann die Familie größer wurde, war es Gottes Plan, im Garten Eden solche Familien zu haben. Das war Gottes paradiesischer Plan, Familien hier auf dieser Erde zu gründen. Und dass dann nach dem Sündenfall Familien gegründet worden sind, war nur die Weiterführung dieses Plans aus dem Paradies, was möglich war, weil Gott seine Erlösung durch Jesus Christus versprochen hatte. Interessant ist, auch wenn wir in 1. Mose 2 uns die Familie etwas genauer anschauen, so wie Gott sich das vorgestellt hat und Prinzipien lernen wollen, wie Familie nach Gottes Plan funktioniert, dann sehen wir in 1. Mose 2, Vers 24, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Hier zeigt die Bibel, dass auch innerhalb einer Familie nicht alle zwischenmenschlichen Beziehungen auf derselben Ebene sind. Ein Mensch, ein Mann, der eine Frau heiratet, wird jetzt nach der Heirat zu seiner Frau eine innigere Verbindung haben, als zu seinen Eltern und er muss sogar Mutter und Vater verlassen. Nicht im Sinne, dass er sich nicht mehr um sie kümmert und keinen Interesse an ihnen hat, aber die Eltern können nicht dieselbe Autorität über ihren Sohn haben, wie dann die Ehefrau. Das heißt, innerhalb einer Ehe, so wie Gott sie, oder einer Familie, wie Gott sie sich vorstellt, gibt es auch verschiedene Ebenen, die wir aus dem Wort Gottes lernen dürfen und die dafür sorgen, dass, wenn sie beachtet werden, eine Familie gesund bleibt. Wahrscheinlich könnte man Bücher füllen mit Zeugnissen von Menschen, deren Leben bitter gemacht worden ist, durch gerade die Nichtbeachtung dieses Verses, wo Familien kaputt gemacht worden sind oder schwer belastet gewesen sind, weil sich die Eltern zu sehr in die Ehe ihrer Kinder eingemischt haben. Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, das man hier herausziehen kann, das deutlich macht, Gott möchte, dass auch die Kleinstfamilie, das ist das Kern der Gesellschaft, auch ihren besonderen Schutz genießt. Noch etwas ist sehr wichtig und das haben wir vorhin schon mal kurz angedeutet, dass hier auch im Garten Eden noch einmal sehr klar angesprochen worden ist. In 1. Mose 3 und dort Vers 17, das ist jetzt nach dem Sündenfall und hier wird jetzt ein Prinzip von Gott uns deutlich gemacht, dass wir ganz dringend auch in unseren Familien beachten müssen. Es heißt hier, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinet Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Adam hatte eine persönliche Beziehung mit Gott und er hatte eine ganz tiefe Liebe auch zu Eva und es gab diesen Moment in seinem Leben, als er realisierte, dass seine Treue und Liebe zu Gott und seine Liebe zu Eva in Konflikt gerieten. Nämlich in dem Moment, als Eva ganz aufgeregt und ganz aufgeputscht mit den Früchten vom Baum des Lebens kam und ihm davon geben wollte. Hast du schon mal erlebt, dass Familienmitglieder, vielleicht sogar mit in Anführungsstrichen guter Intention, von dir etwas verlangen oder dich von etwas abhalten wollen, oder etwas verlangen, was gegen Gottes Willen ist oder dich von etwas abhalten wollen, was eindeutig Gottes Wille ist. Du plötzlich vor der Entscheidung stehst, soll ich Gott gehorchen oder meiner Frau? Soll ich auf meine Eltern hören oder soll ich auf Gott hören? Soll ich das tun, was meine Kinder so dringend von mir möchten oder soll ich Gottes Willen an die erste Stelle setzen? Es passiert nicht selten, dass wir, gerade weil uns familiäre Bindungen so wichtig sind, gerade weil wir unsere Ängsten und Liebsten nicht enttäuschen wollen, dass wir, so wie Adam, falsche Entscheidungen treffen und dann jemanden, der uns zwar sehr lieb und wert und teuer sein sollte, auf eine Stelle heben in unserem Denken, in unserem Herzen, wo diese Person nicht hingehört. Kein Mensch, weder ein Ehepartner noch Eltern noch Kinder noch sonst irgendjemand, auch kein Freund, kann die Stelle von Gott einnehmen, ohne dass dadurch eine Katastrophe entsteht. Es schien nur eine Kleinigkeit zu sein, vielleicht in den Augen von Adam einen Apfel zu essen, aber die Folgen der Katastrophe, die sind unermesslich, zumindest für Menschen. Kein Familienmitglied also sollte eine höhere Autorität als Gott haben. Denn wie wir hier sehen und in 1. Mose 3, Vers 6 ganz deutlich es zum Ausdruck kommt, wir können ein Einfluss zum Guten als auch ein Einfluss zum Negativen sein in der Familie. In 1. Mose 3, Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass man von dem Baum, das von dem Baum, Verzeihung, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Die Frau sollte eigentlich eine Hilfe sein und er wies sich jetzt hier in diesem Fall als ein Instrument des Satans. Ehepartner sollen sich gegenseitig geistlich stärken. Dafür hat Gott die Ehe geschaffen. Aber es kommt auch vor und zwar nicht allzu selten, dass Ehepartner sich eher noch gegenseitig herunterziehen, dass sie gegenseitig sich in ihrem Glauben angreifen, ihren Glauben gegenseitig schwächen durch das, was sie sagen und tun. Wir müssen also Sorge dafür tragen, dass wir in unseren Familien einen Einfluss zum Positiven, zum Geistlichen und zum Stärkenden ermutigen sind. Und ich denke, jeder von uns wird sich sofort bewusst sein, das geht mir nicht anders als dir, dass wir wahrscheinlich Nachholbedarf haben, dass wir wachsen müssen, dass wir Fehler gemacht haben. Denn nirgendwo wird das so deutlich wie in der Familie, wo man mit einigen Menschen ganz eng, ganz viel zusammen ist, wo die eigenen Fehler am allerdeutlichsten, am aller sichtbarsten, am schmerzlichsten einem bewusst werden. Was interessant ist, ist, wie sich diese Geschichte des Sündenfalls in Bezug auf die Familie entwickelt hat. Adam hat offensichtlich sich entschieden, lieber mit Eva zu sterben, als alleine, ohne sie zu sein. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment ganz romantisch, war aber in Wirklichkeit einen Selbstbetrug. Denn als sie kurze Zeit später von Gott mit ihrer Sünde konfrontiert wurden, war es mit dieser vermeintlichen Liebe nicht mehr weit her. In 1. Mose 3 und dort Vers 11 lesen wir, da sprach er, das ist Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Sünde hatte die Familie zerstört. Als Adam jetzt mit seiner eigenen Schuld konfrontiert wird, will er alle Schuld auf die Person legen, für die er gerade noch sein ewiges Leben geben wollte, um mit ihr zusammen zu sein. Und zwar nicht im Sinne einer Erlösung, sondern im Sinne, dass er selbst auch gesündigt hat, um lieber mit ihr zusammen zu sterben. Wenn wir denken, dass wir um der Familie willen Sünde begehen können und Gottes Wort missachten, seine Gebote brechen, dann werden wir feststellen, dass genau durch diese Tat wir eigentlich unsere Familie schwächen und letztlich zerrütten und Beziehungen zerstören. Denn kein Mensch kann gegen Gottes Gebote bewusst sündigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Beziehungen besser werden in seinem Umfeld. Nein, Beziehungen werden leiden darunter, dass wir gegen Gott sündigen. Was hat das alles für die erste Familie bedeutet, als dann die Kinder kamen? Adam und Eva bekamen erst Kinder, als sie gesündigt hatten, die Vergebung Gottes in Anspruch genommen haben, den Plan der Erlösung zumindest soweit sie ihn damals verstehen konnten, verstehen durften und im Glauben daran jetzt ihr Leben außerhalb des Garten Edens gelebt haben. In dieser Zeit kamen die ersten Kinder. In 1. Mose 4 und dort Vers 1 und 2 lesen wir Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sie sprach Ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn Eins ist ganz deutlich in diesem Vers Eva war eine gläubige Mutter Vers 2 wird deutlich dass man ihnen auch gute Dinge beigebracht hat Und weiter gebar sie einen Bruder Abel und Abel wurde ein Schaf Wirtel Kain aber ein Ackerbauer Offensichtlich haben Adam und Eva ihren Kindern beigebracht dass es wichtig ist auch zu arbeiten dass man nicht nur faul daher liegen kann sondern dass man sinnvolle Beschäftigung braucht Sie hatten das ja selbst von Gott gelernt im Garten Eden als er ihnen in 1. Mose 2 die Arbeit anvertraut hatte für den Garten Also wir sehen Adam und Eva von Eva wird sie explizit gesagt aber von Adam dürfen wir es auch annehmen waren gläubige Eltern und sie haben ihren Kindern gute Prinzipien weitergegeben Die nächsten Verse machen deutlich dass sie ihnen auch von dem Erlösungsplan erzählt haben und dass sie ihnen beigebracht haben nicht nur Gott zu kennen sondern auch zu Gott zu beten Beide Kain und Abel wussten dass es Gott gibt und sie wussten dass man zu Gott beten kann und dass man zu Gott beten muss Lesen wir Vers 3 und 4 Und es geschah nach geraumer Zeit dass Kain dem Herrn ein Opfer da brachte von den Früchten des Erdbodens Und auch Abel brachte ein Opfer da von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett und der Herr sah Abel und sein Opfer an Sie kannten beide offensichtlich aus der Erziehung die sie genossen haben die Existenz Gottes und die Wichtigkeit der Anbetung Aber was auch deutlich wird ist dass nicht beide Kinder den Erlösungsplan so angenommen haben wie er ihnen von den Eltern wohl vermittelt worden ist Abel musste von dem Erlösungsplan aus 1. Mose 3 kennen denn er bringt ja hier ein blutiges Opfer Gott selbst hatte das erste Opfer veranlasst als in 1. Mose 3 Vers 21 Kleider aus Fell gemacht worden von Gott gemacht worden waren um die Nacktheit Symbol für die Sünde und Schuld zu bedecken Adam und Eva haben dieses Prinzip des stellvertretenden Todes des Erlösers ihren Kindern beigebracht und Abel hat auch wirklich auf diese Erlösung vertraut aber obwohl Adam und Eva gläubige Eltern waren und obwohl sie ihren Kindern die Wahrheit beigebracht haben und obwohl sie ihnen gute Prinzipien mitgegeben haben konnten sie doch nicht dafür garantieren dass beide Kinder auch wirklich die Erlösung für sich persönlich in Anspruch nehmen und auch das müssen wir verstehen es gibt keine Garantie dass wenn ich das und das und das und das und das und das tue dass dann garantiert meine Kinder gläubig sein werden wenn es so etwas gäbe würde Gott es auf alle Menschen anwenden wir müssen also verstehen dass wir zwar aufgefordert sind geistlich den bestmöglichen Einfluss in unserer Familie auszuüben aber wir müssen auch verstehen dass es eine Freiheit gibt und dass wir letztendlich keinen unserer Familienangehörigen zwingen können sich für Gott zu entscheiden und wir sehen auch hier wieder wie Unglaube Beziehungen zerstört in Vers 5 bis 7 lesen wir und aber Kain und sein Opfer sah er nicht an da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich und der Herr sprach zu Kain warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht ist es nicht so wenn du Gutes tust so darfst du dein Haupt erheben wenn du aber nicht Gutes tust so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet du aber sollst über sie herrschen Gott versucht dem Kain deutlich zu machen dass seine Unzufriedenheit mit seinem Bruder und seinen Ärger und Zorn und Neid und alles was da so an Emotionen in seinem Herzen kochte was auch wir manchmal in den Familien nur allzu deutlich erleben dass all das beigelegt werden könnte wenn er doch endlich die Erlösung annehmen würde die Gott versprochen hatte wenn er das Sündopfer das Sündopfer vor dem Eingang des Paradieses wenn er das annehmen würde wenn er es dort hinlegen würde es kann ja dort liegen und dann würde auch wieder die Beziehung zwischen dem Erstgeborenen und dem Zweitgeborenen wieder ganz gut sein denn im Hebräischen ist es eigentlich nicht du aber sollst über sie die Sünde herrschen sondern sollst über ihn herrschen über den Abel aber er hat das nicht angenommen in Vers 8 und 9 er redete mit seinem Bruder Abel und es geschah als sie auf dem Feld waren da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot da sprach der Herr zu Kain wo ist dein Bruder Abel er antwortete ich weiß es nicht soll ich meines Bruders Hüter sein weil Kain das Evangelium ausgeschlagen hat verliert er allen Respekt vor der vor seinem Bruder und vielleicht kennst du es auch aus eigener Erfahrung dass es in den Familien manchmal sehr respektlos zugeht dass man manchmal denen die einem am nächsten sind die schwersten Wunden zufügt die meiste Verbitterung durch Menschen entsteht die einem sehr nahe verwandt sind das hat damit zu tun dass das Evangelium abgelehnt wird dass das Wirken des Heiligen Geistes zurückgewiesen wird und dann gibt es so dramatische Resultate auch Kain hat eine Familie gegründet wir lesen in 1. Mose 4 Vers 17 und Kain erkannte seine Frau die wurde schwanger und gebar den Henoch und er baute eine Stadt und nannte sie nach dem Namen seines Sohnes Henoch diese Familie die Familie von Kain wurde zu einer Quelle der Bosheit auf dem Planeten skizziert sind noch einige der nächsten Generationen die von ihm abstammten und später sehen wir dass nach etwa anderthalb Jahrtausenden der Einfluss dieser einen Familie wie er von Generation zu Generation weitergegeben worden ist wie ein Sauerteig am Ende fast die gesamte Weltbevölkerung erfasst hatte sodass die Sintflut kommen musste und nur acht Personen nicht von diesem verderblichen Einfluss befallen waren zu dem Zeitpunkt als das Wasser viel da sehen wir wie sehr was eine Familie bewirken kann die Familie von Kain hat anderthalb Jahr Tausende einen Einfluss ausgeübt durch die nachfolgenden Generationen sehr zum Nachteil der Menschheit aber es gibt auch andere Familien in der Bibel die positiven Einfluss ausgeübt haben und die größte von ihnen die Familie mit dem allergrößten Einfluss ist letztlich die Familie von Jesus denn auch unser Erlöser der die Sünden der ganzen Welt getragen hat auch deine und meine Sünden er kam nicht auf diese Welt einfach als König der Könige er kam auch nicht einfach nur als Lehrer er kam auch als Familienmitglied er gliederte sich ein in diese Struktur die er selbst geschaffen hatte er kam als Kind einer Mutter so wie es die Propheten vorhergesagt hatten wie in Jesaja 7 zum Beispiel und akzeptierte auch die Autorität eines irdischen Vaters schauen wir uns etwas die Familie von Jesus genauer an von der wir einiges lernen können in Lukas Kapitel 1 und dort Vers 28 bis 30 der Engel Gabriel kommt hier zu Maria dort heißt es und der Engel kam zu ihr herein und sprach sei gegrüßt du Begnadigte der Herr ist mit dir du Gesegnete unter den Frauen als ihn aber sah er schrak sie über sein Wort und dachte darüber nach was das für ein Gruß sei und der Engel sprach zu ihr fürchte dich nicht Maria denn du hast Gnade bei Gott gefunden seine Mutter war eine gläubige Frau eine Frau mit einem besonderen Glauben eine Frau der Gott persönlich die Erziehung seines eigenen Sohnes anvertrauen konnte weiter lesen wir in Vers 37 denn bei Gott ist kein Ding unmöglich Maria aber sprach sie ich bin die Magd des Herrn mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr das Besondere an dieser Maria das Besondere an ihr war nicht einfach nur dass sie vielleicht schön war oder klug war gebildet und arbeitsam das Besondere an ihr warum sie die Mutter von Jesus sein konnte war dass sie aus dem Wort Gottes lebte dass sie so einen großen Glauben hatte dass das Wort Gottes für sie auch dann galt wenn es aller menschlichen Erfahrungen zu widersprechen schien Jesus Jesus wird ja das Wort Gottes genannt und es ist kein Zufall dass er sich eine Mutter auswählte die ihn auf dieser Erde erziehen sollte die solch eine hohe Meinung vom Wort Gottes hatte das Beste was wir für unsere Kinder tun können ist dass wir Glauben haben an das Wort Gottes dass es tun kann was es sagt selbst wenn wir persönlich noch nicht sehen wie das möglich sein sollte dieses Vertrauen in Gottes Wort hat Maria ausgezeichnet auch Josef hatte ein ganz ähnliches Vertrauen in Gottes Wort schauen wir in Matthäus Kapitel 1 und dort ab Vers 19 auch hier haben wir wieder Gabriel der jetzt den juristischen Vater den juristischen Vater auf Erden von Jesus besucht in Matthäus 1 Vers 19 das ist noch vor der Geburt von Jesus natürlich da heißt es Vers 19 aber Josef ihr Mann der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte gedachte sie heimlich zu entlassen während er aber dies im Sinn hatte siehe da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum der sprach scheue dich Josef Sohn David scheue dich nicht Maria deine Frau zu dir zu nehmen denn was in ihr gezeugt ist das ist vom Heiligen Geist erklärt einiges weiter und wir erfahren dass das die Erfüllung von Jesaja 7 ist und dann heißt es in Vers 24 als nun Josef vom Schlaf erwachte handelte er so wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er kannte sie nicht bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus was wir hier sehen ist zunächst einmal Josef war gerecht aber auch sehr taktvoll er stand zum Wort Gottes er konnte Sünde nicht gutheißen aber er hatte auch ein ganz feines Gespür für Menschen er wollte nicht dass Maria von der er offensichtlich noch nicht ganz überzeugt war vielleicht dass er hier wirklich Gottes eingreifend vorlag er wollte sie nicht der Schande preisgeben auch das ist eine ganz interessante Eigenschaft die Josef gehabt hat wir wissen nicht genau wann Josef gestorben ist vermutlich irgendwann im Laufe noch bevor Jesus dann seinen Dienst begonnen hat aber die allerersten Lebensjahre von Jesus muss Josef auch einen Einfluss auf ihn ausgibt haben und der Charakterzug von Josef der wird nicht ohne Folgen gewesen sein und nicht ohne Eindruck auch auf Jesus und dann sehen wir hier dass auch Josef dem Wort Gottes vertraut selbst wenn das bedeutet dass andere Menschen ihn vielleicht mit Verachtung behandeln denn wir sehen in den Evangelien immer wieder impliziert dass Menschen zum Beispiel in Nazareth davon ausgingen dass Jesus ein illegitimes Kind ist und unehelich gezeugt worden ist und das hat auch den Josef eine gewisse Schande gebracht aber Josef hat dem Wort Gottes vertraut und sich dann eindeutig zu Maria bekannt Jesus hatte nicht nur Eltern hier auf Erden wir lesen Markus 6 dass er auch Geschwister hatte Markus 6 überliefert uns sogar die Namen der Brüder seiner älteren Brüder in Markus 6 und dort Vers 3 heißt es ist dieser ist dieser ist dieser nicht der Zimmermann der Sohn der Maria der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwestern hier bei uns und sie nahmen Anstoß an ihm das ist genau diese Stelle wo deutlich nochmal wird dass man Jesus so mit Verachtung gesehen hat gerade diejenigen die seine Familie gut kannten und den Eindruck hatten dass hier eine uneheliche Zeugung vorlag Jesus hatte Geschwister er hatte Brüder und er hatte Schwestern und das wird nicht immer einfach für ihn gewesen sein wir alle und viele von uns kennen es vielleicht Brüder und Schwestern zu haben und interessant ist auch die andere Perspektive was für ein Geschwisterchen muss Jesus gewesen sein einer der nie ärgert der nie sich beschwert der nie ja irgendwie die Eltern gegeneinander ausspielen möchte die den Geschwistern eins auswischen möchte Jesus war ein ganz besonderes ein ganz besonderer Bruder und wie wir in der Inspiration auch lesen können haben das seine Brüder nicht immer so geschätzt wir wissen aus der Bibel dass er in einer rauen Umgebung lebte in Lukas 2 Vers 39 wird deutlich dass er in Nazareth aufgewachsen ist dort heißt es hier und nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetzesherrn kehrten sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth eine Stadt die sprichwörtlich bekannt war für ihre Bosheit wir erinnern uns vielleicht an Johannes 1 Vers 46 wo Nathaniel so berühmterweise ausruft was kann aus Nazareth Gutes kommen diese Familie lebte nicht in einer Luxus Gegend nicht abgeschirmt von dem Dreck und Schmutz der Welt sondern mitten im sozialen Brennpunkt und doch wurde Jesus von Anfang an als Kind auch von Gott geführt in Vers 40 lesen wir das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm zu jedem Alter war er so wie ein Kind sein sollte aber in besonderer Weise war er vom Heiligen Geist erfüllt sein Charakter war anders als die der normalen Kinder und er wurde von seiner Mutter Maria erzogen er ging nicht in die Schule er hat nicht mal einen Grundschulabschluss sozusagen sondern seine Mutter Maria hat ihn unterwiesen das hatte dramatische Auswirkungen in Lukas 2 lesen wir wie er mit zwölf Jahren zum ersten Mal im Tempel ist und in Vers 46 und 47 heißt es und es geschah nach drei Tagen fanden sie in dem Tempel Erstaunten über alle die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten seine Mutter hat ihn so erzogen dass nach zwölf Jahren er den Theologen seiner Generation überlegen war und das erinnert uns vielleicht an einen Bibelferst der hier im Leben von Jesus sich buchstäblich erfüllt hat und zwar in Psalm 119 Vers 99 mein Lieblings ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer denn über deine Zeugnisse sinne ich nach was auch hier in dieser Geschichte in Lukas 2 interessant ist Jesus hat mit zwölf Jahren seine eigene Identität in Gott gefunden Vers 49 sagt und er sprach zu ihnen weshalb habt ihr mich gesucht wusstet ihr nicht dass ich in dem sein muss was meines Vaters ist mit zwölf Jahren hat Jesus verstanden es gibt eine höhere Autorität in meinem Leben Vers 51 und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen von Jesus dürfen wir beides lernen wir müssen beides lernen die Bereitschaft Gott an die allererste Stelle zu setzen und keinen Kompromiss zu machen egal für wen sondern Gottes Wort immer als die Richtschnur zu haben und gleichzeitig dort wo wir wo Gottes Wort nicht gebrochen wird wo wir nicht in Konflikt kommen mit seinen Geboten uns auch unter zu ordnen unter die Autoritäten die Gott verordnet hat selbst wenn wir vielleicht sogar uns schlauer fühlen oder vielleicht sogar schlauer sind als diese Autoritäten wenn der Jesus den Theologen hier voraus war dann wird er sicherlich auch seine Mutter intellektuell schon überflügelt haben aber er ordnete sich unter dieses Gebot das Jesus hier aus geführt hat das fünfte Gebot du sollst Vater und Mutter ehren damit du lange lebst in dem Land das der Herr den Gott dich bringt 2. Mose 20 dieses fünfte Gebot ist nicht nur auf Eltern alleine beschränkt sondern auf alle Menschen denen Gott besondere Autorität in bestimmten Bereichen unseres Lebens delegiert hat das können Lehrer sein zum Beispiel in der Schule auch wenn ich vielleicht sogar schon klüger bin als mein Lehrer soll ich mich ihm unterordnen und vielleicht realisieren wir jetzt alle diesen Moment wie schwer wir gegen Gott gesündigt haben in unserer Schulzeit wir sollen uns unterordnen unseren Lehrern wenn es nicht dem Wort Gottes widerspricht und ja auch in diesen Zeiten noch einmal wichtig zu betonen wir sollen uns auch der Ubrigkeit unterordnen wenn es dem Wort Gottes nicht widerspricht von Jesus können wir das hier lernen und dann heißt es in Vers 52 und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen und das hier spricht von Jesus nach dem Tempel Besuch das heißt als er dann 12 und 13 und 14 als er Teenager war als er Jugendlicher war hörte das nicht auf im Leben fast aller Familien ist der Zeitpunkt wo die Kinder Teenager werden und in die Pubertät kommen oft ein Bruch und irgendwie so eine halbe Katastrophe vielleicht bei Jesus gab es keinen Bruch es gab nicht schwere Auseinandersetzung und Rebellion Jesus hat uns hier eigentlich gezeigt wie Pubertät auch aussehen kann nämlich indem er seine eigene Beziehung zu Gott entdeckt hat und sie eigenverantwortlich gelebt hat und auch deutlich gemacht hat dass er Gott an die erste Stelle setzt ohne gleichzeitig gegen die Eltern zu rebellieren und ihnen das Leben irgendwie schwer zu machen die Familie von Jesus hat ihn nicht immer verstanden auch später in seinem Dienst gibt es Situationen wo sie ihn wohl zur Raison gerufen wollten wo sich das Gerücht breit machte er wäre irgendwie von Sinnen und die Familie sich aufmacht um ihn wieder zu zu Sinnen zu bringen in Matthäus 12 46 heißt es während er noch zu dem Volk redete sie da stand seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden da sprach einer zu ihm siehe deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit der reden er beantwortet und sprach zu dem der es ihm sagte wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach seht da meine Mutter und meine Brüder wenn die Familie unseren Eifer für Gott also den echten vom Heiligen Geist geführten Eifer nicht so blinden fanatischen Eifer und sein Eifer für Gott bremsen will wenn die Familie unseren Gehorsam für Fanatismus hält und unsere Liebe zu Gott für blinden Eifer dann dürfen wir wissen dass es eine höhere Familie gibt als die irdische Familie die uns vielleicht auf dem Weg zum Himmel aufhalten will die Familie der Gläubigen die Familie der Jünger Jesu ist dann unsere viel wichtigere Familie aber damit soll nicht der Eindruck entstehen dass Jesus sich nicht für seine Familie interessiert hätte ganz im Gegenteil selbst in den letzten Momenten seines Lebens bevor er am Kreuz von Golgatha gestorben ist lesen wir in Johannes 19 Vers 27 als eine der letzten Aktionen die er dort am Kreuz noch durchgeführt hat darauf spricht er Vers 26 als Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen den er lieb hatte spricht er zu seiner Mutter Frau siehe dein Sohn darauf spricht er zu dem Jünger siehe deine Mutter und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich er hatte ein Interesse dass es seinen Familien Angehörigen gut ging und so spielte dann und das ist sehr interessant nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu die Familie von Jesus eine ganz zentrale Rolle in der Urgemeinde wir lesen in Apostelgeschichte 1 Vers 14 diese aber blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern es war nicht nur die Apostel es war noch die direkte Familie von Jesus die jetzt eine leitende eine Schlüsselrolle an seinem Bruder Jakobus im Galaterbrief später Jahre später erwähnt Paulus ihn mehrmals er sagt in Galater 1 Vers 19 ich sah aber keinen der anderen Apostel nur Jakobus den Bruder des Herrn also Jakobus war einer der ersten der persönlichen Kontakt mit Paulus hatte und dann in Kapitel 2 Vers 9 heißt es und als sie die Gnade erkannten die mir gegeben ist reichten Jakobus und Käfers und Johannes die als Säulen gelten mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft damit wir unter den Heiden sie aber unter der Beschneidung wirken Jakobus der Bruder von Jesus galt als eine Säule der Gemeinde er war dann später auch jahrelang Gemeindeleiter der Urgemeinde der ersten christlichen großen Gemeinde in Jerusalem er hat dann auch das letzte Schlussurteil im Apostel Konzil von Apostel Geschichte 15 gesprochen wir sehen also und dann auch den Jakobus Brief geschrieben wahrscheinlich ist auch der Judas Brief ein Brief eines Bruders von Jesus die Familie von Jesus hat also noch über langen Zeitraum einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Formierung der Christenheit ausgeübt zum Schluss noch ein paar ganz praktische Gedanken aus dem Wort Gottes in Epheser Kapitel 6 Vers 4 werden auch Zeitgründig mehr alle schaffen hier anzuschauen ihr könnt dann im Sendemanuskript euch auch noch die weiteren Verse anschauen in Epheser 6 und dort Vers 4 heißt es und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Her interessantes dass hier das griechische auch übersetzt werden kann zieht sie auf durch die also mithilfe der Zucht und Zucht ist einfach das ist die Erziehung mit der Bildung mit der Education im Englischen mit der mit der Pädagogik und der Ermahnung des Herrn also reizt sie nicht zum Zollen sondern erzieht sie so wie Gott erzieht wendet die Pädagogik Gottes an das ist eigentlich die Idee die in diesem Vers drin steckt und dann Sprüche 31 ein berühmtes Kapitel über die Frau die tüchtige Frau wo manchmal sehr einseitig ihre ganzen handwerklichen Fähigkeiten hervorgehoben werden aber es gibt noch mehr zu sagen von dieser hier so ideal dargestellten Ehefrau und Mutter es heißt in Vers 26 in Sprüche 31 26 bis 28 ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich ihr Mann rühmt sie ebenfalls sie ist nicht einfach nur fleißig und tut alle Dinge die hier sonst in den Versen beschrieben sind nein sie hat sehr weise Worte wenn sie etwas sagt hat das Gewicht ihre Kinder und ihr Mann sind stolz auf sie weil sie nicht nur fleißig sondern auch klug ist weil sie mit viel Weisheit alles unter Kontrolle hat und die ganze Familie managt das ist eine sehr schöne Beschreibung was Frauen alles leisten können die mit Gottesgeist zusammenarbeiten in der Familie ganz besonders zum Schluss wollen wir uns noch einige wenige Punkte anschauen 2. Grund der 6 ein Punkt den wir nicht überspringen dürfen einfach weil er so wichtig ist auch für unsere Gemeinden in 2. Grund 6 und dort Vers 14 zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis es kommt immer wieder vor dass Menschen ungläubige Partner heiraten und das oft mit den besten Intentionen und mit dem ganz aufrichtigen Ziel dann den Partner im Laufe der Ehe zu bekehren und es mag auch das einmal gelingen aber die traurige Realität zeigt dass Kinder die in einer Familie aufwachsen in denen einer der Eltern glaubt und der andere nicht es ungleich schwerer haben als Kinder in denen beide Eltern glauben immer und immer wieder wird in den Gemeinden sehr deutlich wenn es passiert ist dann dürfen wir Gott um Gnade bitten wir dürfen beten wir dürfen die Verheißung in Anspruch nehmen dass Gott für uns kämpft aber Gott warnt uns auch bevor es geschieht dass wir es erst gar nicht tun wer gegen Gottes Rat aus eigenem Antrieb wissentlich einen Ungläubigen heiratet der gefährdet letztlich das geistliche Wohl seiner Kinder was ist der Schlüssel für eine gute Familie in Philippa 4 und dort Vers 8 lesen wir im übrigen ihr Brüder alles was wahrhaftig was erbar was gerecht was rein was liebenswert was wohllautend was irgendeine Tugend oder etwas lobenswertes ist darauf seid bedacht gute Gedanken gute Gedanken über den anderen gute Gedanken über Gott über sein Wort werden zu einer guten Atmosphäre zu guten Worten zu guten Taten zu guten Charakteren zu einem guten harmonischen Familienleben führen ganz zum Abschluss wollen wir uns noch einmal wollen wir uns dem berühmten Kapitel 5. Mose 6 kurz zuwenden weil hier Gottes Plan für die Familie in einer besonderen Weise dargestellt ist ich liebe dieses Kapitel sehr in 5. Mose Kapitel 6 heißt es vielleicht von hervor an in Kapitel 5 Vers 29 Oh wenn sie doch immer ein solches Herz hätten mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten damit es ihnen gut ging und ihren Kindern ewiglich Gott wünscht sich in diesem Vers so sehr dass wir ein Herz haben das an ihm festhält weil es dann unseren Familien gut geht Gott wünscht sich dass es meiner Familie gut geht dass es deiner Familie gut geht er wünscht es nicht so sehr wir kennen vielleicht die Geschichte die Israeliten wollten aber Gottes Stimme hier am Berg sie nicht mehr hören und Mose sollte ihnen dann die Gebote und Satzung und Rechtsbestimmung geben und darauf bezieht sich Kapitel 6 Vers 1 und dies ist das Gebot die Satzung und die Rechtsbestimmung die der Herr euer Gott euch zu lehren geboten hat dass ihr tun sollt in dem Land in das ihr zieht um es in Besitz zu nehmen dass du den Herrn deinen Gott fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst dich dir gebiete du und deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage deines Lebens damit du lange lebst so höre nun Israel und achte darauf sie zu tun damit es dir gut geht und ihr sehr gemährt werdet so wie es der Herr der Gott deiner Väter verheißen hat in einem Land in dem Milch und Honig fließt was Gott hier sagt ist wenn diese Gebote von Generation zu Generation weitergegeben und beachtet werden dann wird das Leben reichlich gesegnet werden also was ist zu tun Vers 4 und 5 höre Israel der Herr ist unser Gott der Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele mit Kraft das aller entscheidendste ist dass wir nicht einfach nur Gebote auf Stein oder in biblischer Form irgendwo im Schrank zu stehen haben sondern dass wir auf Gottes Stimme hören dass wir nicht damit zufrieden sind dass uns Mose etwas sagt dass wir hinhören was Gott mir persönlich gesagt hat dass wir nicht mit theoretischen Wahrheit zufrieden sind so viele Familien auch in unseren Gemeinden sind deswegen kaputt weil man sich mit theoretischer Wahrheit zufrieden gibt und weil in den Familien so selten es erlebt wird dass wir wirklich auf Gottes Stimme hören und ihn mit ganzem Herzen lieben weil wir seine Liebe vor uns in der Erlösung erlebt und entdeckt haben Vers 6 und diese Worte die ich dir heute gebiete sollst du auf dem Herzen tragen es reicht nicht dass wir als Familie eine Familien Bibel haben aus der wir lesen das Wort Gottes muss unserem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binnen und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben Kinder sollten das Wort Gottes von ihren Eltern hören das Wort Gottes sie reden immer wieder davon es ist in ihrem Denken ihre Entscheidungen werden entschieden nach dem Wort Gottes sie lieben Jesus es prägt das Denken die Familie ist so von dem Wort Gottes erfüllt dass selbst Nachbarn Leute von draußen sehen hier ist eine Familie die Gott von ganzem Herzen liebt und dann springen wir an das Ende des Kapitels in Vers 20 wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragt fragen und sagen wird was denn das für Zeugnisse Satzung und Rechtsbestimmung die durch der Herr unser Gott geboten hat jede Generation muss neu die Wahrheit kennenlernen muss neu die rettende Kraft des Evangeliums kennenlernen und sie hat dann den Vorteil hoffentlich auf den Erfahrungen der Eltern Generation aufbauen zu können so sollst du deinem Sohn sagen wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und in seinem ganzen Haus das aller entscheidendste in aller Erziehung sind nicht nur richtige Prinzipien und richtige Wahrheiten und das richtige Ausführen von bestimmten Dingen sondern die persönliche Erfahrung mit Gott die dem Kind weitergegeben wird vielleicht gibt es so viele geistliche Probleme in unseren Gemeinden weil zu wenige von uns erlebt haben dass in der Familie selbst über echte Erfahrungen mit Gott im persönlichen geistlichen Leben gesprochen hat Vers 23 uns aber führte er von dort heraus um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben dass er unseren Vätern zugeschworen hat Eltern sollten ihren Kindern nahelegen wie sich die Verheißungen Gottes in ihrem eigenen Leben erfüllt haben es ist eine Sache eine Theorie gepredigt zu bekommen so war sie auch sein mag das was mich am meisten geprägt hat war wenn ich gesehen habe wie meine Eltern sich an das Wort Gottes geklammert haben und Erfahrungen mit Gott gemacht haben wenn zum Beispiel Sabbat Erfahrungen die mich sehr geprägt haben wenn ich gemerkt habe dass das was in der Bibel steht was was gelehrt bekommen habe von meinen Eltern umgesetzt worden ist und Gott eingegriffen hat nichts vermag so sehr den Glauben von Kindern zu bringen Vers 24 und der Herr hat uns geboten all die Satzung zu halten dass wir den Herrn unseren Gott fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält wie es heute der Fall ist und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen wenn wir darauf achten alle diese Gebote vor dem Herrn unserem Gott zu tun wie er es uns geboten hat dann wenn wir von unseren Eltern erfahren wie sie Jesus kennengelernt haben und wie er ihr Leben verändert hat wenn wir erfahren wie er seine Verheißung in ihrem Leben erfüllt hat dann werden wir auch ganz anders sehen als dem Glauben in der Familie gelehrt und praktiziert wollen wir uns vornehmen egal wer wir sind egal wie alt wir sind ob wir Kind oder Erwachsene ob wir Oma oder Opa sind ob wir eine Großfamilie haben oder vielleicht nur eine Gemeindefamilie weil wir von allen verlassen sind dass wo immer wir mit Menschen einen familiären quasi familiären Umgang haben dass wir so wie Jesus ein guter Sauerteig sind und zum Segen für unsere Familie sein wollen ich möchte mir das vornehmen Gott segne deine Entscheidung nächste Woche werden wir hier weiter studieren und bis dahin wünschen wir euch Gottes reichen Segen und viel Freude im Studium seines Wortes Amen 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 Amen